Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zum achten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders, heute mit den UEFA Champions League 2019-20 Crystal Trading Cards von TOPS. Und damit begrüße ich euch zu diesem neuen Collectors-Video und gleichzeitig dem achten Türchen des Mappen-Update-Adventskalenders, indem wir uns heute die Sammelmappe der Crystal Trading Cards zur UEFA Champions League 2019-20 von TOPS anschauen wollen. Während es die erste Edition der Crystal Trading Cards nur in Italien und Großbritannien gab, kamen bei der in diesem Frühjahr erschienenen zweiten Edition auch die deutschen Sammler zum Zug. Wie der Name schon andeutet, die Crystal Trading Cards, keine auf Papier basierenden Karten, sondern transparentes Plastik, das mit den entsprechenden Motiven bedruckt ist. Und wie das Ganze aussieht, wollen wir uns jetzt mal anschauen. In dieser kleinen Sammelmappe, die auf jeder Seite vier Steckplätze für die Karten bietet. Und hier im linken Teil sehen wir schon die Checkliste. Jedes Team mit fünf Base-Karten, was natürlich bei einer Sammelmappe mit vier Feldern dann auch wieder ein bisschen blöd aussieht im Endeffekt. Aber da hier ohnehin nur die Topspiele und keine kompletten Mannschaften am Start sind, das denke ich durchaus zu verschmerzen. So, wir gehen einfach mal durch. Das Ganze startet, wie ihr sehen könnt, mit Barcelona. Aber doch innerhalb der Teams keine bestimmte Reihenfolge, denn ihr seht es, der Torhüter mit Marc-André Ter Stegen kommt erst an zweiter Position. Dann kommen die weiteren Spanier mit Atletico und Real. Dann haben wir Valencia. Und das Interessante an diesen Crystal Trading Cards, dass sie auch so bedruckt sind, dass sie in dieser Sammelmappe harmonieren. Wenn man eine Stecktasche mit zwei Karten in entgegengesetze Richtung gefüllt. So, dann haben wir die Bayern. Das Team, was sich dann später den Champions-League-Pokal gesichert hat. Ajax Amsterdam hat sich dann zwischen die deutschen Teams gemogelt. Denn danach kommt Dortmund, gefolgt von den Leipzigern. Und dann sind wir bei den britischen Teams mit Manchester City, Chelsea, danach Tottenham. Der zum Erscheinen der Kollektion amtierende Titelträger Liverpool. Dann Dynamo Zagreb, gefolgt von Neapel. Dann haben wir Inter Mailand und von Italien geht es dann weiter nach Frankreich. Zu Paris, Saint-Germain und Olympique Lyon. Dann haben wir Benfica, Lissabon, RB Salzburg, Galatasaray, Istanbul. Und das waren die 100 Base-Karten in dieser Kollektion. Und hier seht ihr dann auch mal die Rückseiten der Karten. Mit den Angaben von Trikotnummer, Größe, Gewicht, Alter, Position auf dem Spielfeld und dem Herkunftsland. Also im Fall von Jonas Belhanda, Marokko. Und dann sind wir mit den UCL Mastern bei den Special Cards angekommen. Und hier bin ich dann auch auf einseitige Sortierungen gewechselt. Was bei den Cards dann auch deutlich besser aussieht, als wenn man da eine Karte von der Rückseite noch zusätzlich einsteckt. Für die deutschen Teams Robert Lewandowski und Jaden Sancho am Start. Und sicherlich eine der interessantesten Karten in dieser Kollektion. Die UCL Masterkarte von Erling Haaland. Hier noch im Trikot von Salzburg. Da sie zu seinen allerersten Trading Cards gehört. Kian Mbappé natürlich auch immer begehrt. Timo Werner haben wir ja noch für Leipzig. Und nach den UCL Masterkarten kommen dann die UCL Icons. Und bei denen finden wir eine Besonderheit. Cristiano Ronaldo im komplett schwarzen Dress. Also ohne entsprechende Vereinszugehörigkeit. Da Tops hier wohl nicht die nötigen Rechte von Juventus Turin hatte. Aber man ihn natürlich unbedingt trotzdem in dieser Kollektion unterbringen wollte. Man sieht es auch, die Karte unterscheidet sich im Hintergrund deutlich von den anderen Cards, auf denen die Spieler jeweils mit dem Pokal zu sehen sind. Also das ist dann wohl der einzig gangbare Weg, um ihn irgendwie in diese Kollektion zu bekommen. Und die fünfte und letzte UCL Icon Card hat dann Karim Benzema bekommen. Und zum Abschluss sehen wir noch zwei der insgesamt sieben Limited Edition Cards, die allerdings gar nicht alle in Deutschland angeboten wurden, so dass man diese nur vervollständigen konnte, wenn man sich die entsprechenden Produkte im Ausland besorgt oder beispielsweise auf die Aktionen im Online-Shop von Tops Großbritannien reagiert hat. Das ist dann natürlich auch mal ein bisschen ärgerlich, wenn man eine Kollektion schon nach Deutschland bringt, dann den Sammlern aber nicht ermöglicht, an alle Karten zu kommen. Erleben wir auch gerade wieder bei der aktuellen Champions League Match-Attacks Kollektion, wo Tops einige der Produkte und Karten dann wieder nur in Großbritannien anbietet. So, zum Abschluss dann noch der Blick auf den zweiten Teil der Checkliste. Und ihr seht es auch hier bei Cristiano Ronaldo gar keine Angabe des Vereins. Also die Karte dann nur in die Kollektion gedrückt, damit man sagen konnte, Cristiano Ronaldo ist auch dabei. Hier rechts unten dann der Blick auf die sieben Limited Edition Cards. Ich glaube Lewandowski und MAP konnte man noch im deutschen Online-Shop bei entsprechenden Bestellungen bekommen. Aber ansonsten, wie gesagt, der Zugriff auf die Limited Edition Cards aus Deutschland eigentlich nicht möglich. So, damit sind wir am Ende angekommen von dieser kleinen Sammelmappe mit den Crystal Cards von Tops zu EVA Champions League Saison 2019-20. Die Kollektion selbst war aufgrund des doch sehr überschaubaren Umfangs auch relativ leicht zu sammeln. Bei mir war es so, ich hatte mit einer Displaybox und dem Starter-Pack bis auf eine UCL-Icon-Karte alle Karten der Kollektion zusammen. Von daher muss man sich dann natürlich auch fragen, ob sieben Limited Edition Cards nicht ein bisschen überdimensioniert für eine solch kleine Kollektion ist. Aber auf der anderen Seite sind das natürlich die Umsatzbringer, denn es gibt ja zahlreiche Sammler, die dann so lange weiterkaufen, bis sie alle Limited Edition Cards zusammen haben. Eure Eindrücke von dieser Kollektion und den gesehenen Karten gerne unten in die Kommentare. Bin da schon gespannt auf euer Feedback zu dieser Crystal Kollektion. Gerne auch nochmal aufs Däumchen nach oben drücken und ein Like für dieses Video dalassen, sowie den roten Abo-Button mal in Augenschein nehmen, wenn ihr bisher noch nicht zu den regelmäßigen Zuschauern auf diesem Kanal gehört. Und dann sehen wir uns spätestens zum Türchen Nummer 9 des Mappenupdate Adventskalenders wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.